Die Barg Nürnberg ist ein im Bau befindliches, ferngesteuertes Modell eines Rahsegelschiffes. Die Takelage und Leinenführung entspricht nahezu dem Original. Später sollen damit Segelmanöver, wie beim großen Vorbild, möglich sein. Dieser Clip zeigt die Ausführung der Brasswinden zum Drehen der Rahen. Die Rahen können bis 30 Grad gebrasst werden, was etwa dem Vorbild entspricht. Will man mit einem Segelschiff, das am Winde liegt, auf den anderen Bug gehen, so muss man es wenden oder halsen. Beim Halsen wird das Schiff, vor dem Wind drehend, auf den anderen Kreuzkurs gelegt. Beim Wenden wird das Schiff, gegen, den Wind gedreht. Beiden Manövern ist gemeinsam, dass die Rahen des Großmastes zuerst gebrasst werden. Das erleichtert das Drehen. Zusätzlich bleiben beim Wenden die Rahen des Fockmastes Backstehen, bis der neue Kurs erreicht ist. Da die Schoten des Großsegels bei den Manövern hinderlich sind, wird das Großsegel aufgegeit. Zusätzlich wird oft der Besahn niedergeholt, um die Drehbewegung nicht zu bremsen. Beides, das Aufgeilen des Großsegels und Niederholen des Besahns ist im Modell nicht vorgesehen, da das zu kompliziert werden würde. Alle Brassen sind wie beim Original geführt. Ohne Aufgeilen des Großsegels muss das Schothorn über die Brassen der Formastrahen gezogen werden. Damit das im Modell zuverlässig ablaufen kann, wurde an den Ecken des Unterliegs je ein Stück Draht eingezogen. Beim Backbrassen legt sich die Großrahr gegen die Brassen des Fockmastes. Am Modell muss das sorgfältig getestet werden, damit sich die Leinen nicht an der Rah verfangen können. Im Modell dürfen niemals die Formastrahen vor denen des Großmastes gebrasst werden. Die Großrahr würde hinter die Leinen des Formastes greifen und damit die Takelage beschädigen. Das Modell wird durch sechs Winden und Servos gesteuert. Hier sieht man die Servos für das Ruder und das Besahnsegel. Eine Winde treibt die Trommel mit den Brassen des Großmastes und eine weitere die Brassen des Fockmastes. Eins der Servos ist für die Vorsegel und das zweite für die Starksegel des Großmastes und des Besahnmastes. Die Brasseinrichtungen und Winden müssen zuverlässig funktionieren. Deshalb wurde ein einfacher und robuster Design gewählt. Je nach Zuglänge der Brassen haben die Trommeln unterschiedliche Durchmesser. Die Führungsscheiben wurden besonders groß ausgeführt, um ein mögliches Überlaufen der Seile zu verhindern. Ein dünner, gebogener Stahldraht auf der Servoscheibe greift in einen Schlitz in der Trommelachse. Diese Vorrichtung arbeitet als einfacher Kadern. Beim Brassen von Rahen, fiert die Lufbrasse mehr, als die Lebrasse holt. Einfache Gummizüge holen die Lose aus den Lufbrassen. Die zwei- und dreifach geschorenen Brassen konnten jedoch nur als Dummies ausgeführt werden, da der Widerstand beim Auf ihren zu hoch war. Jede Part hat ihre eigene Wickelung auf der Windentrommel. Da der Fußblock auf der Rieling sitzt, erkennt man den Dummy nicht, und die obere Taille bewegt sich wie beim Original. Die Leinen werden durch Ösen geführt. Die Fußblöcke sind aus rundem Messing hergestellt und ohne bewegliche Scheibe. Sie leiten die Leinen ohne großen Widerstand senkrecht durch die Röhrchen unter Deck. Die Brassleinen sind aus sogenanntem Forellenfaden. Das ist geflochtenes und gewachstes Garn aus PVC. Geschlagenes Garn würde sich aufdrehen, und Naturfasern würden zu schnell abnutzen. Durch diese Maßnahmen wird ein einwandfreier Lauf der Leinen, ohne Verwirrung, gewährleistet. Bei den alten Segelschiffen lagen die Drehpunkte der Rahen nicht in einer Achse. Das führte beim Brassen zu Spannungen in den Segeln und musste durch Trimmen der Schotketten ausgeglichen werden. Im Modell sind die Schotketten der beiden Schotthörner hinter der Rah miteinander verbunden. Das ermöglicht auf einfache Weise das Wandern des Unterliegs. Untertitelt